Ich hätte gar nicht drüber springen müssen, ich hatte Platz auf der rechten Seite. Ich denk mir, ich nehm den Bunny auf und springe da rüber und jetzt bin ich grau aus, ey. Ich tu nicht so, als wär's das Neue. Boooom, meine Freunde, herzlich willkommen heute, wirklich, endlich wieder was Episches. Zuvor nur dämliche Maps, ihr kennt es, aber heute wieder eine richtig geile Challenge-Deadline. Wenn ihr habt es euch gewünscht, Deko, Mabossa, Aris und Flo, alle gegeneinander, Rasur, Hallöchen. Na, knack, Hallöchen. Hallöchen. Aston Abonnel, Lais Muchachos, eure weihnachtlichen Nüsse sind euch ganz herzlich gestreichelt, Hallöchen. Oh yeah. Oh yeah. Übrigens, 2000 Dollar auf meinen Nacken, dass ich euch fertig mache. Ich muss sagen, damals war ich ein Profi in diesem Rennen, als wir noch mit Dehner und so gespielt haben, aber ich versuche jetzt natürlich wieder zu rasieren. Mabossa, der Schneckkopf, Schneckbossa. Hä, wie springt man, hä? Ne, man kann nicht springen. Man kann nicht springen, aber du brauchst dieses Item dafür. Nein, Aris. Yes. Hallö. Hallö. Hallö, Hallö. Ich bin Eisgarten in meinen eigenen gefahren. Aha. Der Profi. Der Profi. Der Profi. Profi, hallo. Er war der beste Deadline-Spieler, den es jemals gab. No. Aber er war halt, ne? Er war halt. Na? Oh, 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 oh. Oh. Oh, oh. Bitte, Mr. Fredlow. Schlucken Sie meinen. Stammspur. Nein. Nein. Ich meinte mich verfahren, aber alter, scheiße. Digga, wo sind die alten Brudern? Er frage mich auch gerade, ich habe es jetzt nur in Speed gefunden. Oh, 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 oh. Er hat doch Deko nicht reingefahren. Alter, Junge, ich war jetzt aber ein bisschen in der Bredouille, ey. Die hat direkt in den Weg gekackt. Ja. Ich habe einen Staubsauger vor mir. Nein. Digga, wo kam er denn hier? Er war nicht weg, Alter. Nur da hinten. Da muss ich jetzt hin. Ich muss endlich mal was einsammeln hier, Bruder. Komm her. Digga, ich habe bis jetzt nur in Speed gefunden. Noch nichts anderes. Ja, Digga. Du hast irgendwas schon mal eingesammelt? Ich habe noch nichts eingesammelt. Weißt du, ist er am... Oh, fuck. Jawoll. Ist er am Runden, wer kann... Nein! Ey! Junge, ich habe noch nicht ein einzigen Kill bis jetzt, ne? Du warst mein erster, Digga. Du warst mein erster. Was? Du hast nur keine Spur, oder was? Ich habe die ganze Zeit nach hinten geguckt. Weg mit dir. Wer bist du? Alter, der Wendekreis. Der Wendekreis, Junge. Aber wer hat noch am meisten reden? Ich. Ah, ist es tot? Oh. Ich darf nur jetzt nicht mehr draufgehen. Verpiss dich! Oh, fuck. Schluck ihn, Junge! Nimm ihn ganz tief! Oh, yeah. So ein Sack. Das ist ein krass. Jawohl. Fick dich, Marvin. Der Schwede. Ja! Oh, ho, 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 ho! Drüber gejumpt, Junge! Bestes Item. Ja! Mach mal leider nur einmal. Digga, zerstört, Bruder. Was denn das hier für ein Scheiß? So eine Zeitlupe? Bringt das was? Nur für mich? Kann ich dann weiter gut fahren? Dann kannst du langsamer fahren. Ja. Na, geil. Du alle. Nein. Komm. Komm, fahr doch rein! Ist das Arith? Nee, ich bin schon raus. Ja, deswegen. Deine Leiche liegt hier. Ah. Nein! Ja! Boom! Ey, Digga, wieder so knapp, Alter. Alter, 2-G-2-Hing-Gesap. Ich könnte auch raus sein. Ja, ich bin auch raus. Scheiße! Jetzt komm her. Äh, Flo, mach mal weg. Wo bist du? Ja, easy. Gar kein Problem. Komm her! Das ist ein kleines Elfchen plattlos. Zeig dir mal, wie das geht. Oh, oh, oh! Was?! Ja! Nein, das reicht mir. Er knallt einfach in die Ecke. Oh, oh. Bam, bam, Alter. Komm, schau. Weg mit ihm. Schnapp in dir, Flo! Digga, komm doch her, du Loppen! Schön umverteilt alle hier, ne? Hauptsache nicht Marvin. Ah! Oh, nein! Oh, schade! Jetzt wird's knapp, Bruder! Jetzt wird's knapp, Brudel! Qua! Ja, ich weiß, dein Freund sagt dir das häufiger, aber eine Enttäuschung. Nein! Oh ja. Okay, das haben wir so ein bisschen. Einmal noch. Einmal noch. Nee, ich bin down. Nein, nein, er ist raus. Hä? Ich hab doch 0 eben? Ja. Das heißt, dass er 0 mal sterben darf. So bist du, Bruder. So bist du, Bruder. Einmal noch. Komm schon. Okay. Okay. Na gut, an sich kann ich auf Zeit spielen. Kannst du? Ist aber langweilig. Richtig. Macht er trotzdem. Wo ist er? Wo ist er? Komm her, Bruder! Komm her, komm her. Mit den Tubes, komm her. Ja, Digga. Kommt er mir so, ey, Lappen. Mann, warum kann der springen? Das ist unfair. Ist es auch. Marvin hat schon wieder den Sprunger, Alter. Bum, 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 bum. Aufpassen. Hallo, wo bist du, Bruder? Hallo. 40 Sekunden noch. Action-Modus hier. Mann. Gucken, wie sich alle ausweichen hier in ihr Schwänze. Hey! Richtig. Marvin, komm mit her. Nein! Alter! Das war reines Lack. Oh mein Gott. 15 Sekunden los. Jetzt müssen wir ran hier. Von Herrn Schienen? Hallo? Ja, der fahr doch nicht weg, Alter. Da bist du verarschen. Muss jetzt jagen. Oh, der hätte Marvin gerade zumachen. Oh, 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 oh! Ey, du Pussy! Oh, Alter! Das war schon ein bisschen mager jetzt. Das hätte man kommen sehen können, muss man sagen. Nein, ich muss sagen, Marvin hat gewonnen, weil er ne Pussy ist. Digga! Ich hab doch gesagt, wie der Killer, Brudel! So, also alles auf Marvin hab ich gehört? Digga, kommt ruhig ran hier, ihr Amateure! Ja, den muss man ja jagen. Der fährt ja nur weg. Ja, ist so. Kommt her, los. Traut euch. Digga, davor hab ich dich richtig rasiert. Ich stehe ihm meine Weihnachtshüste ins Gesicht, ey. Ich wollt grad nen Superstart machen, ich bin so last. Ich auch. Ja, wollt's. Aber wer kriegt den? Wer kriegt den? Wer kriegt den? Wer kriegt den? Hapalle! Nein! Ja! Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ich fahr einfach zu random hier rum, also ich hab überhaupt... Ich hab auch überhaupt gar keinen Überblick, wo ihr seid! Oh! Wir müssen mal hier versuchen, den Spielmodus zu mastern. Master, ma-ma-ma-mein. Hallo, was ist das für... Nein! Bitteschön! Okay, Mr. Master hat angefangen. War meine Spur schon weg? Ja. Mager. Ne, weiß ich noch nicht, aber als ich dann da vorbeikam schon. Wie bist du dran vorbeigekommen? Ah, defort! Ha-ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Uhuhuhu! Ja, im Kill wollt ich den eh schenken, Mann. Ah ah. Fuck, 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 fuck! Komm her, Bruder! Los! Nein! Ah! Ah! Nein! Easy! Ah. Hey, du hast Selbstfot begangen, ja moin. Selbstfot in der Lösung, Marvin. Hallo! Shit, Alter! Aber das war ein nicer Kampf! Bruder! Nein, ich darf nicht nur mit dem Speed-Zug vorbei, aber es ist so wie Marvins Freundes immer sagt. Der war zu kurz. Komm her, wer ist da? Oh mein Gott, oh mein Gott war das krass. Was, mir rüber gesprungen, Bruder? Sehr gut, sehr gut. Fuck, 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 fuck. Nein, oh mein Gott. Ich dachte, ich mache da so einen geilen Move gerade und dann falle ich gegen die Wand. Wo seid ihr? Oh, oh, ciao, Randy. Randy, Alter. Randy, Randy random. So, das machen wir auch. Nein, ey. Oh no. Er zieht da noch eine Schleife. Über das erste dachte ich kann rüberspringen. Haha. Ey, ich bin gleich schon wieder raus, ne? Ich bin schon wieder raus. Nein. Ey, ich bin so scheiß schlecht in diesem Modus. Flo, du warst grün, ne? Ich habe einfach keinen Überblick darüber, wo wir uns in Marvin los wären. Oh, ja. Hä, wie? Hä, selbst was? Sauber. Ich habe doch eiskalt nur ein Looping da gemacht. Oh shit, jetzt geht's ab. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und jetzt geht's los. Das erste Mal, dass ich jetzt einen Sprung habe. Wir aktivieren. Ah, klar. Okay, hab ihn. Ey, glaub ich. Oh fuck. Nicht hängen bleiben. Oh, du bist Controllerspieler, ne? Wumm, 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 wumm. Ja, genau so wie du den Speed aktivierst, Brudel. Ja, ja, berück ihn. So, da musst du jetzt hin. Okay, ich verstehe. Hey, spring doch! Hallo? Ich hab gedrückt, jetzt ist nichts passiert. Das ist unfair. Ah, da bist du jetzt also. So, okay. Da kommen wir doch mal entgegen. Hallo? Da bist du also? Dreht er da oder was? Was macht er da? Oh. Oh oh. Oh! Alter, hast du eigentlich immer den Speed? Was soll das? War das schön geplayt? Muss ich leider zugeben. Ja, wirklich schön. Dankeschön. Aber immer wieder Flo und ich, ne? Komm, Deku, du schaffst das auch mal. Das geilste ist, ich hab mir sogar erledigt. Glauben dürfen, ne große Fresse zu haben. Und das ist das geilste. Ja, ja. Du fühlst zu hart am Stryharden, Alter. Digga, ich werde richtig am schwitzen hier. Ich bin so im Ion. Ich guck nie auf die Minimap. Ich weiß nie, wo ihr seid, Alter. Ich fahr einfach immer nur meinen Weg. Am Ende lande ich irgendwo drinnen. Bruder. Ja, ich versuch jetzt, ich versuch jetzt auch mal ein bisschen. Er traut sich hier. 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 Deko, hallo. Oh, da kommen beide sogar. Oh, hallo. Wer mag ihn nehmen? Wo? Was? Ey, hä, ich hab doch... Verkackt. Ey, 5 zu 0 steht jetzt bei Marvin und mir, ne? Genau die richtigen. Oh, fuck. Genau die richtigen. Oh, fuck. Komm, 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 komm. Hey, keiner kommt mit mir in die Riesentube hier immer. Riesentube? Wo? Du redest vor meiner Hose. Ah, das Deko. Auf Deko will ich nicht. Schade. So nicht. Das klappt bei den Jungs, bei mir nicht. Ah, ah. Hier will ich hin. Nee, bei denen klappt es ja auch nicht. Aus irgendeinem Grund. Oh, no. Oh, wow. Oh, wow. Wo, wow, 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 wow. Nö. Alter. Nein, 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 nein. Verpiss dich, Spur. Bitte verpiss dich. Yo, Deko. Oh, endlich mal, Alter. Oh mein Gott, war knapp. Ey. Schade, dass ich den Flo fast erwischt. Alter, hey, ich bin eigentlich schon reingefahren. Wie lebe ich noch? Lacko. Falt einfach mal hinter Friendly. Oh, fuck. Okay, noch nicht. Friendly. Friendly. Weil der hatte Angst vor meiner Bremsspur. Nein. Der macht irgendwelche. Nein. Saftig. Ich wollte noch rüberfliegen, ey. Hallo. Ey, du darfst einfach nicht in die Tubes reinfahren, ne? Doch, bitte. Das ist immer so eine Todesfalle. Fahrt da rein. Oh. Bitte schön. Bitte schön. Schluck meinen Schwanz, Junge. Und damit meine ich den Schwanz, den mein Motorrad von sich her zieht. Hallo. Ja. Da geht's also lang. Ah! Okay. Oh. 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 Oh, schmerz. Oh. Oh mein Gott, oh mein Gott! Nein, nein nein! Oh mein. Hu. Habe ich dich. Noing. Oh, j Mei. Oh, ich werde. Oh, es war so ein, so ein dummer Fehler, ey. Oh. Marvin, hast du eigentlich Glück oder bist du einfach wirklich gut? Der hat Glück. Ja, jetzt richtig Glück. Oh! Oh, Bein erwischt! Ich laber mich nicht mehr voll, Alter! Oh! Oh! Hey, Mann! Oh! Na, hä? Wieso lenkt der denn nicht? Ich hab doch gedrückt, Junge! Warum fährt nie jemand in meine fucking... Nein, nein! Oh ja, Baby! Okay, dann komm ich jetzt von hier. Jetzt komm ich von hier. Wum, 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 wum. Oh, fuck, da ist Deko, ne? Nein! Ich hab endlich mal Marvin den Lachs in den Hals gewirkt, Junge! Hast du auch von dir, das war jetzt, glaub ich, 6 zu 1 oder so steht's jetzt, ey. Häh? Ich bin doch gesprungen! Ich hab den Bonniehopp benutzt! Oh ja, der funktioniert nicht immer, der funktioniert nicht immer. Jetzt bin ich raus. Ja, GG, Alter, hätt's gerade gemerkt, jetzt bin ich raus. Ich hätte gar nicht drüber springen müssen, ich hatte Platz auf der rechten Seite. Ich denk mir, ich nehm den Bunnyhop und spring da rüber, jetzt bin ich graus. Tu nicht so, als wär's was Neues. Hat die Spaß. Oh geil. So, wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Ah, da wieder. Okay, dann kommt jetzt wieder meine Technik hier. Ja, er macht da die Drehung oder was? Easy. Oh oh. Nein. Oh, oh, oh. Nein! Man, nie jemand fährt in meine scheiß Bremsspiel rein. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Doch nicht. Flo, du musst den weg machen, sonst hat er gefordert. Ich will Flo jetzt keine Tipps geben. Ich kann das nicht. Doch. Oh nein. Bam. Oh. Okay. Yolo, Digga, jetzt geht's ab. Yoyoyoyoyoyo. Oh nein, nein. Ich komm Flo, Alter. Oh, 0 zu 0. Eieieieiei. Ne ne mein Lieber, warum ne. Ah, jetzt kommt wieder hier der Rohrabfläger. War mir nicht weg, es sind noch 10 Sekunden. Nicht weg. Ah, no! Oh! Nein! Guck auf die Zeit, Bruder! Guck auf die Zeit! Nein, ganz ehrlich, weil ich ihn wieder jagen musste, weil er nur wegfährt. Quidemuschen! Digga, ich hab einfach gezeigt, dass ich der König in diesem Spiel bin. Ungeschlagen! Du hast immer gesagt, du bist der einzige, bis du jetzt steuerhattest. Aber meine Freunde, ich würd sagen, im nächsten Tag gibt's noch ne Runde, dann können sich die anderen beweisen, dann zocken wir auch noch ne andere Map. Ich bin nicht letzter! Oh, Flo, du bist so schlecht, Junge! Wieso hab ich nur einen Kill? Das ist für diese Runde. Schauen wir mal insgesamt noch. Und? Oh, Deko. Nein! Nein! Ja, wollte grad sagen, Alter. Oh, wenn man sich zu früh freut, ne? Digga, 16 Tode, ne? Da war schon eine Stylisch unterwegs. Also, Daumen nach oben ballern, würde mich freuen. Achso, Flo, so in der Beschreibung vom Link. Schaut dann mal vorbei. Bis dann, Reingau. Ciao, ciao! Ciao, ciao!